der mag ist schon wieder weg aber ich brauche nur aus der squad aber wenn du aus der squad bist dann kommst du ja nicht in unser neues spiel jetzt oder kommst du in irgendein anderes rein das hat jetzt in der sekunde hat das gestartet und wenn wir jetzt rausgehen kriegen wir die abbruchstrafe ja stimmt ja weil du nachgejoint hast vorhin jetzt warst du nicht mehr drin und deswegen ist jetzt nicht mit unserer squad mit gewandert auch doof dass er das nicht auch wieder herstellen kann völlig dämlich die zuordnen zu squad ja das weiß er eigentlich auch was nehme ich denn da ich nehme hier ihmchen ja dann muss der gunnar jetzt in sensor spielen er mag der kommentiert ganz schön im hintergrund der gibt es jetzt tipps ja klar mit dem titel screen ist ich ganz viel ich habe es gleich nach rechts laufen besser ist als wenn einem anderen spiel wäre dann irgendwie sagt im bad was für ein bad hier ist kein bad auf dem ich sehe da rein da ist aber keiner weil ich glaube ein bad gibt es auf jeder map im schiff bin ich nicht so sicher doch auch da gibt es auch ein bad flugzeug ja echt wo gibt es dann bad gute frage ich hier müsste es da was geben aber ich kann dann gibt es das denke ich auch es gibt die küche und so aber die kacken als das waschbecken das schlägt man nicht so an genau der buger koste hat hier angst so eine halbe stunde warten bis wir das spiel starten können 1998 ist ein ping oder sollte das sonst in seinen lignen schreiben wie er sich gleich erschrickt was ja ein spieler dass wir nicht zählen können katastrophal sagt die stand hat du neigst zur panik ich mein ganzes leben und ich einfach panik hat fenster zwischen regalraum oder kann gut sein ich bin gerade in der stunde nicht gegangen sind dabei das habe ich jetzt dezent verwirrt fenster zwischen regalraum ich habe keinen fallen ich habe keinen spawnpunkt ausgewählt ich habe die schnell auch gar nicht wusste wo jetzt hier fehlt scheiß ich bin jetzt schon gar nicht so jetzt wollte ich gerade aufstrengen ich hab eine granate geworfen hätte ich doch gar nicht hinrennen brauchen ganz umsonst angeschossen worden jetzt steht hier oben da muss ich dir ein bisschen beschützen da raus hast du noch Raum raus? ne ich hab da gerade einen erschossen durchs Fenster aber hier hinten ist... kannst du mal aufmachen das knallt aber entschuldigung das hat mir irgendeine sauen kill weggenommen ich glaube so leute muss man erschießen hab ich gelernt verwarnung ich geh jetzt mal gehockt vor dir hin und her das ist doch größer da war einer hinten rechts soll ich mal gucken? ach scheiße rechts um die ecke hinten ist einer im gang dann mach ich dauer noch bisschen auf ein bisschen weiter links ja ne schon weiter rechts also er kam direkt da rechts von der Wand genau ja genau saubur elendiger neister ja 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 ich drohe mal schnell da rein ich brauche nicht mehr da rein los aber sehr schnell drohen ja richtig cool sein will ja sehr schön sehr schön nice erstaunlich guter Angriff eigentlich nehmen wir denn hier ein paar Verbesserungspotenziale aber hat ja noch funktioniert wir können alles ja warte mal biogefahrgut den hab ich jetzt gar nicht am Schirm den Raum das ist ja auch Büros ne der scheiße arbeitsraum sag ich jetzt einfach mal hm den finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt ich habe mit einer Stimme die Mehrheit ja waren sich auch alle unschlüssig das werde ich erschossen oder so was hast du gemacht naja ich meine hat ja keiner irgendwas anderes gewählt also kann sich eigentlich auch keiner aufregen wenn man selbst keine Meinung hat dann darf man sich nicht über die andere bescheuert wenn wir wirklich die Lupe oben zu den das ist jetzt hier echt so ne Frage ey ich kuschel aber nicht mal oben in den Kartenraum Ich bin mal hier im Außenbandraum. Hier kommt auch einer bei mir. Interrogation. Ey, das gibt's nicht. Der hat nur eine HP gehabt, ey. Der hat mich auch durch Interrogation lassen. Der hat mich gar nicht gekillt. Doof, Arsch. Hibana ist oben. Im Kuppelraum war sie gerade. Das Problem ist, dass hier unten auch einer ist bei mir. Ich bin zu dumm zum Treffen. Downstick. Ach, Junge zu. Hibana hat höchstens eine HP, wenn du sie triffst, ist sie tot. Die Frage ist, ob die hier runtergesprungen kommt, oder? Ich guck mal kurz die Kamera so. Eine haben wir noch. Hm? Das ist hier oben an der Luke, ich hör sie. Ich hör auch was an der Treppe, links von dir. Ich glaub auf deiner Höhe schon. Ich kann leider nichts sehen. Die Kamera ist gehackt. Sehr schön. Der letzte Operator stand. Hören ist schon ganz gut. Ah, der Saubuer, der Elendiger. Siehste. Habe ich mich gerecht für vorhin. Ich frage es nur, wo die letzte ist. Okay, wie? Haupteingang, glaub ich. Ja, Haupteingang da war sie. Erinnert. Mission successful. Nice. Dieser Saubuck, ne? Mhm. Der hat mich zu Ende verhören lassen. Ich habe nicht gesehen, wie ich den Typen verhören habe und habe mich erst danach erschossen. Hat ihn aber auch fast alle HP gekostet, weil ich mich sofort auf ihn geschossen habe, weil ich aufgestanden bin. Vielleicht konnte er nicht leiden und dachte ich, er hat's verdient. Dann hat er aber nicht schnell genug geschossen, als er fertig warst. Ja, leider hat es nicht gereicht mir auch noch eine Downsatz kriegen, das wäre ja tatsächlich die zweite Interrogation gewesen. Hm. Habe ich damit eigentlich meine Gadget-Kill-Sie? Ach, die sind doch schon fertig. Scheiße. Was nimmst du denn? Ich habe gerade über dich, glaube ich Sophia nehme oder so. Auch nicht so daneben. Aber dann habe ich wieder gedacht, naja, mit so einem Einraum-Objective. Wenn sie jetzt tatsächlich bändet haben, wäre das schon blöd, ne? Ja doch, Mute. Der reicht ja schon. Wenn wir zwei Wandleute haben und nirgends durch die Wand durchkommen, wegen so einem Scheiß. Das wäre schon blöd. Ah, die Fenster zwischen den Regalraum wieder. Tja, wenn es ihnen denn Spaß macht, wird sie haben im Mute. Mh, das kann man nämlich nirgendwo hoch. Ha, schnell die anderen aufgedeckt. Ha, 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 ha. Proceed to Biohazard Container Location. Gibt sich, ist einer rausgekommen. Ich habe sogar auf den geschossen, hatte ich getroffen. Was? Krass. Nice. Swap ihn, Max. Mach lieber Fenster ganz auf, oder? Sie ist ja nicht viel da. Ah, aber ich sehe mehr als er. Das ist gar nicht ganz verstärkt, ne? Mhm. Das ist gar nicht ganz verstärkt, ne? Ich habe noch keine Zeit mehr, ne? Nee, eine Minute noch. Da war er. Da war er. Da war er. Schwierig, nicht wahr. Was? Ich würde mich grauen. Scheiße. Nein! Ich hab doch 11 gedrückt, dachte ich. Scheiße, ich glaub ich hab's geschafft. Da bin ich an der Taste verrutscht oder was? So eine Scheiße. Weißt du, du willst sie einmal hinstellen, ja, und er schafft's nicht auf dem freien Feld das Ding hinzustellen, aber direkt vor der Wand, wenn du dir eigentlich einen Stachel aus dem Fuß ziehen willst, dann stellt er so ein Ding dahinter. Oh, zu schön. Oh Mann, echt einmal mit Profis arbeiten. Da bin ich sauer, aber auch jetzt gerade mich sofort erschossen hat, war echt scheiße. Schalter? Warte mal, Schalter ist der Kloraum, nie im Leben, sorry. Dann nehm ich lieber den Fenster zwischen den Regalraum. Hm. Da kannst du dich doch nicht freiwillig an den Kloraum setzen, äh, dieses Toiletten-Dings, ja, das ist richtig. Der Außenwandraum, oder das? Ja, ja, genau. Das Kloraum. Der ist echt scheiße. Hm. Hm, der ist für die Höchststrafe. Da kannst du lieber noch die Büros hier oben nehmen. Ich glaub Büros ist hier... Da hast du die Außenwand, da hast du die Fenster zum Innenhof und du hast die Luke oben, ja. Das ist schon echt. Und dann noch die Wand vom Florensblöd läuft. Ja. 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 Ich sag ja so, wenn die sich nicht am Fenster seilen, kann man sich zwischen den Regalen echt am besten setzen. Nur alle Richtungen, die du kannst. Wir werden dann dann, das ist mir nicht verkehrt. Das bin ich. Hm. Es ist mir wirklich eine große Ehre hier, mit euch diese Runde spielen zu dürfen. Die sind jetzt kaputt. Ach, da war ein Fenster, aber ich hier unten kaputt gemacht habe. Ich höre ich das hier. Ja, bei mir kommt einer. Komm. Der ehle, dicke Saubuer ist weg. Das ist schon mal ganz gut. Nein, das ist Blitz. Ich habe keine Chance. Gehe weg. Scheiße. Sauber. Haben jetzt echt 4-0 gewonnen. Krass. Ja. Und Blitz gemessert. Das ist noch der größte Dank, ey. Der steckt aber auch einiges ein. Jetzt waren wir vorbeigelaufen und ich habe ihn so von seitlich hinten irgendwie ein paar Mal erwischt. Aber muss das gleiche, aber die Runde abbrechen nicht vergessen. Wieso denn? Die brauchen dich doch gar nicht gewinnen oder so. Nein, mein Spaß. Oh, nicht was anderes. Okay, also wenn man vier Runden gewinnt, dann geht die Folge um für 18 Minuten. Sehr schön. Oh, 500 Punkte. Wow. Ja, mit dem Bonus-Event. Oh, mit 16,5 Prozent. So ein bisschen knapp daneben. Ein bisschen knapp daneben? Ja, also nicht so richtig knapp, aber schon dicht dran. Aber schon so ein bisschen, so ein bisschen, ja. Ein bisschen dicht. Eine Penis-Länge. Frau, noch an wen das Maßstab ansetzt. Der Penis ist klein, aber dünn. Oh Gott. Stoppen wir kurz das Spiel. Oh Gott. Vielen Dank.